Dass die chinesische Immobilienblase sich über Jahre hinweg so massiv aufgeblasen hat, dass jeglicher Hang zur Realität verloren wurde, das haben ja bereits viele mitbekommen. Stichwort Geisterstädte, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf an. Doch seit heute Nacht kann diese Blase in China nicht nur als vermutlich, sondern wirklich als endgültig geplatzt bezeichnet werden. Denn am heutigen Montag beschloss ein Gericht in Hongkong, dass die Firma Evergrande abgewickelt werden muss. Jahrelang wurden enorme Mengen an Immobilien auf Kredit finanziert und gebaut. Und naja, wenn die Zinsen dann irgendwann mal in die Höhe schälen, spätestens dann wird es zum Problem. Und teilweise wurde in diesen Immobilien gar nicht mal gewohnt. Die wurden nur gebaut, entwickelt, geplant, irgendwo hingestellt. Und es gab haufenweise Geisterstädte, die total leer standen. Was jetzt dieses Urteil aus Hongkong nun bedeuten könnte, vielleicht auch für uns, und ob das jetzt dieser erste Dominostein ist in einer quasi endlosen Kette an Unternehmen, die weltweit miteinander zusammenhängen, und ja, ob dieser erste Dominostein jetzt umgeworfen wurde, all das wollen wir uns heute einmal gemeinsam anschauen. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Darüber berichten wir hier auch auf dem Kanal. Aber natürlich blicken wir auch sehr häufig auf solche, ja, geopolitischen Ereignisse, die einfach unfassbar wichtig sind, um diese gesamten Puzzleteile der Welt richtig zu verstehen und dann wohlmöglich auch die richtigen Investmententscheidungen zu treffen. Und wenn ihr aus unseren Videos, unseren kostenlosen Content hier etwas für euch und euren Alltag mitnehmen könnt, dann gebt uns doch gerne mit einem Daumen nach oben und vielleicht auch einen kurzen Kommentar etwas zurück. Das freut uns nicht nur, sondern hilft uns auch, diese Videos weiter im YouTube-Algorithmus zu verbreiten. Vielen lieben Dank an alle, die immer fleißig Daumen nach oben geben und mitkommentieren. Also, es ist offiziell. Der massiv und höchstverschuldete Immobilienkonzern namens Evergrande, der soll aufgelöst werden. Das entschied, wie gesagt, ein Hongkonger Gericht, jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ende 2021 nahm dieses ganze Unglück seinen Lauf im Prinzip, ja. Und der Konzern, der konnte plötzlich seine Schulden, die er im Ausland hatte, nicht mehr begleichen. Ja, und das hat schon für ein erstes Aufsehen gesorgt. Und seitdem kam eigentlich aus dem gesamten chinesischen Immobiliensektor immer mehr ans Licht. Mehr schlechte News nach und nach kam eigentlich und man hat so langsam mehr gemerkt, dass dieses chinesische Wirtschaftswunder vielleicht so langsam aber sicher eher am Abnehmen ist. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Dominostein endgültig umfällt. Ich weiß nicht, wer noch vermutet hat, dass die sich irgendwie wieder aus der Schlinge ziehen können bei ganzen 300 Milliarden Dollar Schulden. Irgendwann dann erhoben Aktionäre Klage. 2022 startete ein Gerichtsverfahren, in dem dann jetzt geschaut werden sollte, ob das Unternehmen sich beispielsweise durch eine Umstrukturierung noch in irgendeiner Art und Weise retten könne. Oder zumindest mal einen größeren Teil der Forderung begleichen könne, die Schulden ein wenig tilgt, die Zinslast dadurch reduziert und das Business womöglich weiterführen kann. Doch das Gericht, das hat wohl seitdem keinen gescheiten Vorschlag des Konzerns erhalten, der irgendwie zu einem konkreten Ergebnis gekommen werde. Die Folge ist, das Gericht sagt ganz klar Stopp. An dieser Stelle geht es nicht mehr weiter. Man hat wirklich über Jahre versucht, irgendwie noch dieses ganze Thema rauszuzögern, irgendwie Hoffnungen gehabt, dass man das ganze Thema irgendwie retten kann. Und ich will gar nicht wissen, was die chinesische Regierung im Hintergrund noch versucht hat, um nach Möglichkeit diesen Konzern nicht fallen zu sehen. Es kommen ja noch mehrere Punkte dazu, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das für die Wirtschaft bedeutet, was das für die globale Wirtschaft bedeutet. Aber natürlich auch für das Ansehen der chinesischen Regierung, gerade in einer Kultur, wo Scheitern eigentlich nicht wirklich dazugehört. Wie gesagt, 300 Milliarden US-Dollar Schulden stehen auf dem Bierdeckel und das Ganze bei einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von verhältnismäßig wirklich absolut lächerlichen 23 Milliarden US-Dollar. Also wir sehen schon eine enorme Überschuldung, die sich dort über die Jahre angehäuft hat. Und zur Orientierung mal, wie hoch diese Schulden sind. Nur die Schulden dieses Unternehmens konnte schon beinahe mit den Staatsschulden von Ländern wie zum Beispiel Russland mithalten. Ja, also wir reden hier jetzt nicht über ein paar Schuldchen, sondern es war einfach das höchst verschuldetste Unternehmen, was wir auf der Welt hatten. Okay, ja, das war klar, wenn man so viele Schulden hat, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Aber was heißt es jetzt? Ist es jetzt vielleicht dieses Black Swan Event, auf das so viele Menschen im negativen Sinne gewartet haben, was die nächste globale Krise endgültig ausbrechen lässt, einleitet? Ja, das Ganze ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ja, ganz klar, das Ganze ist erst gestern passiert und in den nächsten Monaten erfahren wir sicherlich nochmal ein bisschen mehr. Was klar ist, was zu sehen ist, der Goldpreis, der ging heute schon ordentlich nach oben, kam es gerade wieder ein Stück zurück. Ich bin gespannt, wie es gleich aussieht, wenn das Video online ist und in welche Richtung sich das Ganze noch einpendelt. Aber Fakt ist, hier zeigt zum Beispiel der Goldpreis schon wieder, ja, wenn es rumst, dann reagiert er. Und es ist nach wie vor eine Krisenwährung des Beweises Gold immer wieder. Gucken wir doch generell mal auf die chinesische Wirtschaft. Ja, ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Was heißt denn das jetzt für die chinesische Wirtschaft, wenn so ein Riesenunternehmen plötzlich fällt? Die sieht ja ohnehin gar nicht mal so unglaublich rosig aus, oder? Denn die Bundesbank hatte kürzlich in einem Bericht bereits schon davor gewarnt, dass ein Land wie China, was sich so stark entwickelt hat und natürlich auch teilweise, ja, auf, sagen wir mal, Stelzen steht in der Wirtschaft, durchaus noch eine Korrektur erleben könne. Und damit sei nicht nur der Immobiliensektor gemeint, der ein Problem darstelle, sondern noch viele andere Zweige. Dazu habe ich nochmal ein separiertes Video vorbereitet, wovor die Bundesbank dort im Detail warnt und was uns gegebenenfalls erwarten könnte, wenn wir uns von China abkoppeln. Nein, das wird aber die nächsten Tage erscheinen. Das ist jetzt hier wirklich eine eingeschobene Eil-News, um einmal wirklich zu verbildlichen, wie drastisch die Lage aktuell ist. Die People's Bank of China, ja, das ist ja die chinesische Zentralbank, die hat gerade wieder die Druckerpressen ordentlich angeworfen und die Geldmenge entsprechend ausgeweitet. Wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, das Ganze funktioniert nicht, ohne mehr Geld ins System zu pumpen und das sehen wir hier auch sehr gut im Chart. Und das ist ja etwas, das macht man ja nicht, wenn so super alles läuft, ja, dann kann man die Liquidität aus dem Markt sehen, die Inflation zurückholen. Und dann, ja, dann ist es einfach jongliert. Aber es scheint ja nicht so gut auszusehen. Denn Xi Jinping, ja, der hat auch gerade wieder knapp 280 Milliarden US-Dollar, was umgerechnet ca. 2 Billionen Yuan sind, als Rettungspaket für den heimischen Aktienmarkt in Betracht gezogen. Die Frage ist, nach dem Crash jetzt von Evergrande, was gibt es da noch zu retten? Muss da noch mehr gerettet werden für fast 300 Milliarden? Ja, also es klingt auf jeden Fall nicht zwingend nach einer super gesunden Wirtschaft, wenn ihr mich fragt. Zudem hat sich ja auch das chinesische Wirtschaftswachstum ohnehin massiv reduziert in den letzten Jahren. Also von diesem aufstrebenden Player ist verhältnismäßig wenig übrig. Und es wurde lange schon gemutmaßt, ob wohl möglich dieses große Blackthorn-Event, also das, was quasi den ganzen Stein ins Rollen bringt, in eine Negativspirale und dann zu einem Crash führt, ob das aus China käme. Und es ist eben die Frage, ist es jetzt so? Denn, wie gesagt, mit Evergrande kommt ein dicker, fetter Brocken, der sich in die Problemliste Chinas einreiht. Und wie gesagt, dieses Urteil könnte vielleicht tatsächlich der erste Dominostein in einer superlangen Kette sein, der umgeworfen wurde. Denn dieses Urteil, das hat ja nicht nur einem Unternehmen jetzt geschadet. Das wäre eine Kleinigkeit. Sondern es ist eigentlich etwas, was diesen gesamten Immobiliensektor in China veranschaulicht, zusammenfasst und nochmals drastisch abrutschen lässt. Ja, auch was das Thema Vertrauen angeht. Wer will denn jetzt noch in chinesische Immobilien groß investieren? Da hängen auch so viele Handelspartner mit drin. Ja, das hat ja der Finanzmarktexperte Dimitri Speck sehr, sehr gut in seinem Buch, wir haben es die größte Blase aller Zeiten beschrieben. Er sagt nämlich, wir haben so eine Riesenblase. Und durch so eine Blase entstehen immer Fehlallokationen. Sprich, es ist ja nicht nur, wie gesagt, der eine Konzern. Sondern die Baubranche, die hat da eben noch mit zu tun. Die Baubranche des Landes, die hängt da mit dran an so einem Riesenkonzern. Lass uns mal noch darüber sprechen, wie viele Jobs vielleicht auch weltweit hängen denn an Chinas boomenden Immobiliensektor. Also jetzt nicht mehr boomenden. Ja, wir haben Makler, deren Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel auch Notare. Wir haben Banken und Kreditinstitute, die das Ganze auch weltweit und international abwickeln. Wir haben natürlich auch Bauunternehmen. Und das Ganze geht hin bis zur kleinsten Firma, die sich im Fall von Chinas Wolkenkratzern und massiven Projekten vielleicht sogar auf Fensterreinigungen im 50. Stock spezialisiert haben. Also wir reden wirklich von einer globalen Kette, die jetzt an diesem einen Ereignis und diesem gesamten Sektor hängt. Die Folgen, die sind im Detail stand jetzt noch nicht absehbar. Aber wie immer gilt, das habe ich gerade schon gesagt, Bad News auf der Welt sind Good News für Gold. Die Unsicherheiten auf der Welt, die werden weiter massiv zunehmen. Das ist ein kleiner Teil und der ist schon massiv. Und wie gesagt, wir haben eine enorme Kette, die sich langsam, aber sicher auflöst. Ich habe noch einige Videos jetzt in der Pipeline für die nächsten Tage, wo ich nochmal auf diese globalen Vernetzungen eingehe, die uns gerade an so vielen Stellen enorme Probleme bereiten könnten. Schaut es euch gerne an, schreibt eure Meinung zu den ganzen Themen unten in die Kommentare. Heute, wie gesagt, etwas unstrukturierter, die News musste raus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Diskutiert fleißig mit und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.